einen wunderschönen guten tag willkommen zu einer neuen runde beim town of salem tutorial in der heutigen folge werden wir uns mit dem black bearer befassen und wie immer der hinweis das tutorial entstand zusammen mit giacomo vom channel lieber kate der link in der video beschreibung dort findet ihr auch eine liste wer von uns welchen teil oder welche rolle vorgestellt hat und natürlich auch eine video playlist in der ihr dann alles zusammengefasst findet damit ihr nicht lange rumsuchen müsst in den ordnern bzw auf den kanälen der einzelnen personen ja der black bearer infiziert infiziert pro nacht eine person und die spieler die infiziert werden wissen nicht dass sie infiziert worden sind das heißt es ist quasi wieder silent daus nur eben hier silent infiziert worden und wenn alle lebenden spieler infiziert worden sind entwickelst du dich vom black bearer zur pestilenz die pestilenz werden wir in einem extra teil als nächstes machen denn das sind zwei verschiedene rollen deswegen wollte ich das ganze ein bisschen trennen wichtig ist der black bearer ist eine einzigartige rolle und du gewinnst natürlich mit den survivern und piraten solange am ende natürlich alle tot sind der nächste schritt ist das klassische was sagt der sheriff der investigator und der konsiliere für den sheriff bist du nicht verdächtig der investigator sieht dich als invest konzig mayor tracker oder black bearer und der konsiliere erkennt natürlich wie immer deine exakte rolle nun gehen wir zunächst einmal wieder ein bisschen auf die mechanik ein weil es hier einige wichtige sachen sind du kannst keine infizierte person nochmals besuchen wenn du dann deine rechts deine buttons hast werden die einfach ausgegraut sein du kannst also nur leute besuchen die nicht infiziert worden sind ja und außerdem erhältst du am ende einer nacht immer eine liste von personen die infiziert worden sind das heißt du kannst immer genau gucken wer wurde und wie viele wurden in der nacht infiziert damit du deinen plan anpassen kannst wenn du der nacht in der du zur pest worden würdest attackiert wirst stirbst du weil die attacke des angreifers geht vor deiner verwandlung das ist wichtig zu wissen weil die pestilenz ist geschützt sie ist immun wenn du gejailt wirst und der jailer exekutiert dich nicht infizierst du automatisch den jailer was immer von vorteil ist weil infizierte personen infizieren die personen die sie besuchen das heißt es wirklich weiter getragen wie eine grippewelle quasi nur eben hier etwas tödlicher und gefährlicher jetzt kommen noch ein paar wichtige informationen diese ganzen informationen mechaniken und auch später das taktische stammt wie immer aus dem wikipedia beitrag zum black bearer und paar eigene informationen deswegen darauf basiert alles es ist wahrscheinlich ein bug denn es kann manchmal passieren dass nur eine person infiziert wird obwohl mehrere leute das ziel besucht haben für mich ist das ganz eindeutig ein bug aber wir kennen ja bugs bei turn of salem der black bearer ist eine einzigartige rolle aber ein amnesiac kann zu einem black bearer werden wenn er mal gestorben ist das heißt lieben ist nicht unbedingt nötig bleibt da vielleicht gewinnt ihr ja mit einem amnesiac zusammen infizierte spieler die wiederbelebt werden bleiben infiziert das heißt sie sind dadurch nicht geheilt worden und wenn du besucht wirst aber jemand vom crusader oder bodyguard beschützt wird infizierst du ihn nicht ja dass du stirbst auch nicht daran aber wichtig ist dass eben hier keine infektion da keine infektionsübertragung stattfindet wenn eine gesunde person jemand infiziertes besucht diese person wiederum eine andere gesunde person besucht ist es theoretisch möglich in fünf tagen ohne kills zur pest zu werden ich dachte das wäre eine ganz interessante information die natürlich für dein spiel eigentlich nicht wirklich beeinflusst oder beeinflussen sollte weil es sehr unwahrscheinlich ist dass so lange keiner stirbt vor allem weil irgendwann das straw forciert wird nun kommen wir zu ein paar taktischen überlegungen die wir hier mal genauer erläutern wollen du solltest natürlich versuchen leute zu besuchen die wahrscheinlich von mehreren leuten besucht werden allerdings auch nicht die sterben sollten weil es bringt ja nichts wenn du einen toten infiziert hast du musst natürlich die lebendigen infizieren ja wenn es zum beispiel heißt im chat check person a könntest du das ausnutzen um den town investigator zu infizieren weil der ja wiederum immer weiter leute besuchen geht das heißt er treibt die infektion voran das heißt das sollte man genau planen versuche auch auffällige namen zu infizieren ja du attackierst ja nicht direkt das heißt selbst wenn ein bodyguard da sein sollte er attackiert dich nicht du bist ja keiner der killt ja ein crusader könnte dich theoretisch angreifen das heißt da vorsicht aber du hast basic defense das heißt du stirbst nicht daran problem ist jedoch der crusader weiß dass er jemand immun angegriffen hat also muss man ein bisschen vorsichtig sein wenn ihr nicht genau wisst was ihr machen sollt möglichkeit ist zum beispiel die werbestrategien anzuwenden weil er ja relativ ähnlich vorgeht der ja möglichst viel schaden anrichten will du willst möglichst viele infizieren die ganze infektion verbreitet sich natürlich sehr gut durch besuchende rollen dazu zählen town investigators die protectors auch oder auch support rollen das heißt die sind natürlich dementsprechend gute ziele für dich da sollte man vielleicht gucken hinzugehen im frühen spiel geschehen hast du die möglichkeit zum beispiel lookout oder tracker claim weil die plage bei besuchen übertragen wird kannst du am anfang noch relativ gut nachvollziehen wer wen wohl besucht hat oder wer von wem besucht worden ist da muss man also vorsichtig sein ja und zu beginn willst du natürlich eigentlich dass sich die plage relativ schnell verbreitet und später solltest du dementsprechend auf diese non visiting rollen gehen ja vor allem ding natürlich confirmte rollen die selten besucht werden wenn ein veteran im spiel ist sinkt automatisch die chance für dich dass alle spiele infiziert werden weil der veteran ja den ein oder anderen auch mal töten kann und deswegen muss man vorsichtig sein wenn der black paper nicht in der offiziellen rollenliste ist zum beispiel spielst du all any versuche neutral evils unbedingt auf deiner seite zu ziehen ja die können dir ja helfen du kannst dem execution helfen das target zu lynchen der survivor könnte dir helfen und dementsprechend muss man halt mal schauen jedoch auch wenn du schnell zur plage werden willst oder zur pest werden willst ähm sei vorsichtig manchmal ist es vielleicht besser alle bis auf einen einzigen zu infizieren denn wird dieser eine nicht infizierte in der am tag gelüncht wirst du automatisch direkt im anschluss schon zur pest und kannst damit direkt die erste nacht die ansteht die erste möglichkeit zum töten nutzen das heißt du kannst schnell möglichst viele ausschalten wichtig ist natürlich auch noch wenn du mal zur pest geworben bist es gibt dann eine notifikation unten im chat log wirst du automatisch von allen als schlimmste bedrohung angesehen das heißt da musst du dementsprechend aufpassen wie du spielst ich hoffe das hilft euch ein bisschen als black bearer wie ihr als president spielen könnt und welche informationen sich dahinter verstecken gibt es im nächsten teil des town of salam tutorials bis dann noch einen schönen tag und ciao leute also wo cool du w Vielen Dank.